In unserem Bonjour spreche ich jetzt mit Daniel Goffert, er leitet das Hauptstadtbüro des Fokus. Herr Goffert, wir haben gerade den Beitrag gesehen, ein Jahr Pegida, wie ernst nimmt man das in Berlin? Das nimmt man schon sehr ernst, da es ja mittlerweile auch offenbar ist, dass der Ton immer radikaler wird, dass diese Pegida-Bewegung, die zwischendurch ja mal fast am Ende schien, jetzt wieder doch enormen Zulauf erhält. Und das natürlich im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Das ist ein Nährboden für viele Radikale, die versuchen, sich in dieser Bewegung zu sammeln und dort vielleicht auch so ein bisschen das Ruder an sich zu reißen. Und was gestern passiert ist, spottet ja auch jeder Beschreibung. Also der Beitrag hat das ja sehr deutlich gezeigt. Das nimmt man schon sehr ernst in Berlin. Mit Pegida nimmt auch die AfD neuen Aufschwung. Ist das ein Aufschwung, der sich halten wird? Oder ist das jetzt ein Aufflammen? Das ist schwer zu sagen. Aber klar ist, dass das Problem mit den Flüchtlingen, dass eben sehr viele kommen, dass das mittlerweile ja auch eine echte Krise ist, weil auch Deutschland diesem Ansturm ja kaum gewachsen scheint. Und auch die Fähigkeit zur Integration und die Bereitschaft zur Integration bei den Deutschen mehr und mehr in Zweifel gerät. Also dieses Problem wird anhalten. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass auch aus diesem ganzen Problemkreis heraus der Zulauf auch für AfD und auch für Pegida und für andere Organisationen und Veranstaltungen dieser Art eher zunehmen wird, als abnehmen wird. Die Bild-Zeitung meldet heute, die Regierung habe beschlossen, schneller abzuschieben, zügiger abzuschieben, teilweise auch mit Flugzeugen. Da scheint sich also jetzt was in der Richtung zu bewegen. Ist das für Sie eine richtige Lösung? Naja, wenn man Menschen hat, die ein Verfahren durchlaufen haben, ein Asylverfahren, und dann am Ende das Urteil herauskommt, dass sie eben kein Asylrecht in Anspruch nehmen können, dann müssen sie auch irgendwann abgeschoben werden. Und was man da für ein Transportmittel wählt, ist in der Frage, finde ich, dann nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass die Verfahren ordentlich durchgezogen werden, dass jeder ein Recht hat, einen Rechtsanspruch auch prüfen lassen kann. Aber wenn das dann nicht gewährt wird, dann müssen auch die Konsequenzen gezogen werden. Aber das Problem ist ja eben nicht nur, dass wir diese ganzen Dinge im Inland haben, sondern wir müssen natürlich auch ins Ausland schauen, weil letzten Endes die Lösung der Flüchtlingskrise weniger darin besteht, dass man mit Transallmaschinen oder mit was für Gerätschaften auch immer die Flüchtlinge oder die abgelehnten Asylbewerber aus der Landesschaft, sondern ob es sozusagen bei den Flüchtlingsursachen auch irgendeine Möglichkeit gibt, dort anzusetzen. Das ist das größere Problem für die Bundesregierung. Dazu war Angela Merkel ja auch in der Türkei am Anfang der Woche. Ist das eine Möglichkeit? Ist das ein Land, das uns sozusagen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise wirklich helfen kann? Ja, die Türkei spielt eine Schlüsselrolle, weil natürlich als Nachbarland von Syrien, wo die meisten Flüchtlinge herkommen, natürlich erst mal das erste Land der Aufnahme ist. Und wir haben natürlich die Situation in der Türkei, es gibt schon zweieinhalb Millionen Flüchtlinge dort, aber die EU hofft halt sehr, dass die Türkei dort zentrale Auffanglager errichtet, um dort sozusagen die Flüchtlinge über die Europäische Union verteilen zu können. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Wir wissen, in knapp zwei Wochen sind Wahlen in der Türkei. Es hat diesen furchtbaren Terroranschlag gegeben. Die ganze Lage ist halt sehr gespannt. Und die Türkei fordert, und das war eben auch der Verhandlungsgegenstand von Merkel und der türkischen Regierung am Sonntag, dass ihnen geholfen wird. Also es liegen ungefähr drei Milliarden Euro auf dem Tisch als Hilfe von der EU. Vor allen Dingen aber fordert die Türkei Visa-Freiheit für ihre Staatsbürger. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel. Sie fordert auch, dass sie bei EU-Gipfeln demnächst dabei sein kann. Also es werden Forderungen gestellt. Man kann das ein Stück weit aus deren Sicht nachvollziehen. Aber mit diesen Forderungen muss man erst mal zurechtkommen. Und dann gibt es natürlich noch das große Problem der Frage einer gerechten und fairen Lastenteilung, also der Verteilung der vielen Flüchtlinge über die Europäische Union. Wir müssen eben von der Lage weg, dass der Löwenanteil der Flüchtlinge nach Deutschland kommt und andere Länder sich halt weigern. Also die Osteuropäer oder Großbritannien zum Beispiel. Blicken wir weiter nach Syrien. Die neuesten Meldungen sagen, dass Assad zu einem Geheimbesuch gestern Abend in Moskau war. Aber wie bewerten wir da Putins Rolle? Er hat ja in den Konflikt aktiv eingegriffen, sagt selber, er bombardiert den islamischen Staat. Spielt der da eine gute oder eine ungute Rolle aus deutscher Sicht? Aus deutscher Sicht sicherlich eher eine ungute Rolle, weil ihm seine Versicherung, dass er sich vor allen Dingen gegen IS wendet, ihm nicht abgenommen wird. Es ist eindeutig, dass eben die russischen Angriffe auch den Rebellentruppen gelten. Also den Gegner von Assad und Putins Eingreifen in Syrien ist eine Art Schützenhilfe für Assad. Und die Tatsache, dass er gestern Abend offenbar dann in Moskau war, zeigt das auch noch umso mehr. Also da kämpfen Russland und Assad an einer Seite. Und damit ist auch jede Hoffnung auf eine rasche Beilegung dieses Bürgerkriegs, glaube ich, verloren. Weil er wird natürlich alles versuchen, Assad sich dort an der Macht zu halten. Und solange er russische Hilfe dabei bekommt, hat er auch sicherlich eine gute Chance. Ich meine, die ganze Region ist ein Unruheherd. Außenminister Steinmeier reist ja auch gerade durch den Nahen Osten. Und wo man hinschaut, gibt es Unruhe. Das ist im Libanon, das ist in Jordanien, vor allem aber in Libyen. Das entwickelt sich auch zu einem Art Fail State, also einem Staat, wo es keine Ordnung mehr gibt. Und solange die Europäische Union es nicht schafft, im Nahen Osten einen gewissen Frieden herzustellen und damit die Hauptflüchtlingsursache zu beseitigen, nämlich die Bürgerkriege und die Unruhen, solange wird wahrscheinlich auch dieser Flüchtlingsstrom anhalten. Daniel Goffert vom Fokus, herzlichen Dank. Gerne.